alle sind gestorben also drei Stück oder so das reicht schon irgendwie Prozent achte die Fliegenweg war aber achte guckt hatte BAM aber irgendwie finde ich meine Angriffe bis jetzt schwach ich finde meine stark aber ich bleibe der Barbar auf der Stärke da ich hatte auch ganz kurz weg wie gesagt ich aber auch mal im Internet ein bisschen na also würde nicht nur mein Internet ist das schlechteste was es auf der Welt gibt ein grobes Kurzschwert das kann ich mit zwei Waffen kämpfen wow weg ist mein Wort der geringer Haltrang, warum kann ich den nicht aufheben achso ja man muss auf die Sachen drauf drücken außer auf Gold ja oh blieb so dort ausnehmen hast du schon? Scheiß ich Mutter ein edler Kurzbogen brauche ich den? ähm sollen wir graue Sachen mitnehmen? Ja ich nehm alles mit, kann man verkaufen ja ich kann zwei Sachen äh zwei ich pack noch mein Schild weg was mach mir ne zweite Waffe so ich hab mir ne zweite Waffe ich hab hier einen Bogen den kannst du nicht verwenden oder? ich kann was auf der Nebenhand halten aber ich weiß nicht was hm also ich kannst du Bogen nehmen, warte Bogen ist für 3,5, ok stärker ok warte ach jetzt hab ich zwei Waffen achte mal ich oh da kommt wieder einer aber dafür hab ich Rüstung bekommen Alter wie schnell die sterben oh das war's ja meine Angriffe sind noch schwach beide sind momentan ziemlich stark viel anfangen aber dafür kann ich äh das ja wissen wir wo wir hin müssen oder laufen wir einfach kein irgendeinem random ok oh meisterlich jetzt Kurzschwert wir wissen wo wir hin müssen wir müssen zu der Kathedrale warte ich hab meisterlich jetzt Kurzschwert cool Scheiß ist das stark ja ich treff nicht oh cool oh Alter das ist guck 6,3 Schaden und meine Axt 3 Schaden 6,3 meine ich mach 3,5 dahin so ich bin so dumm in den Zielen beschädigtes Kurzschwert bis jetzt noch alles locker scheißliche Mutter auferstandener ja mach du das mal ich nehm mir die Items ich mir auch ey cool meine Sachen machen Giftschaden glaube ich warte 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 ich hab noch irgendwas bekommen ja ein schwaches Schwert ok ich hab warte warte ich hab ganz viel bekommen cool ich kann Schilde tragen Handschuhe sowieso ey ich zerfstelle eben hier die Fässer ja mach nix drin also für mich auf jeden Fall also immer schön alles erkunden ja ja auf jeden Fall wir erkunden so viel wie möglich ähm haben wir eigentlich Feuer haben wir eigentlich unten alles erkundet unten naja hier ist ein Tagebuch ok ich nehm's auch mal nach zwanzig Jahren kehre ich nach Kanduras zurück die Bürde meiner endlosen Fäßel und Tragödien ja meine machen Giftschaden oh ja stehe ab dafür im Fremden bei der Jagd auf den dunklen Wandern ok da dreht mich ein bisschen auf mit den Büchern ich habe die Sohn ich weiß nicht oh Knochenhaufen das war auch schön so ein Ohr 13 Gold oh Standbild warte ich gehe mal unten gucken ob wir alles erkundet haben kommst du hier mit oh wir haben nämlich unten nicht alles erkundet ah hier ist das berühmte epische Teil welches berühmte epische Teil komm her aber können wir eben noch was zurückgehen ja ich sniper gerade ne scheißliche Mutter weg oh können wir eben zurückgehen warte 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 falls wir schaffen können wir auch dorthin gehen bei der Wut Barbar mehr Wut ich will nämlich und links haben sich als der Kultiviertel sehen kann ich will gerne alles erkunden halt wegen Erfahrungspunkte und Alten wenn ich das was hier das Neues doch ich habe alles erkundigt er kann nicht erkundet ich habe eine Rüstung Brustschutz jetzt noch was auch noch ein Tagebuch bei mir ist da keins ach hier hier musst du draufdrücken der König ist verrückt okay er lässt alles hin Tagebuch eines Dorfbewohners ja sicher du das war ein langes Tagebuch warte können wir auch das Haus rein irgendwie nein okay da 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 können wir den was war da drin nichts wo besterbe nichts bei mir vorn da oben sind neue Gegner ich werde stärker ich werde stärker kriegen wir kriegen wir bei jedem Level was Neues keine Ahnung ich habe Spalten bekommen ich habe nichts Neues bekommen glaube ich doch du kannst es öffnen da kriegst du was Neues warte ich will das mal spalten Alter achte guck dir das an so ist das kenn ich wir kommen hier irgendwie halt mal wieder reingehen mal wieder reingehen also nein warte den Klammerkeller ich habe mein Spiel schon leiser gemacht ja boah das ist so geil bam 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 dein Angriff kam mir so laut vor mach die Sounds leiser bin dabei warte ich habe bei mir die Sounds auf ähm Sound-Lautstärke 30 Sound-Lautstärke 26 sprachlaut stärker auf 100 und Umgebung und Umgebungslaut stärker auf 30 und Musik laut stärker auf 35 das müssen lauter okay ich fände ich fände es gut hier sieht alles so nice aus okay die Musik laut stärker vielleicht bisschen lauter sein ja mach du mal du bist du schon in den Keller reingegangen ja asozial der Boss ist gleich tot man weißt du Klaus mir den ganzen Spaß guck ich kriege ein blau mein erstes blaue Item ist ein Kurzbogen wow ich habe einen Beinschutz bekommen bam mach du ich guck mal ich habe ein besseres Schild nein doch nicht schlechter ein Streitkolben ja ich habe zwei ja ich kann Bogen benutzen willst du einen haben guck mal ich habe zwei ich habe einen mit 7,3 Stärke und einen mit 5,4 Stärke ich habe 8,4 okay brauchst du mir nicht weil ich kann man hier auch immer noch kann man hier immer noch sekunden hier in dem Keller aber schön dass du ohne mich reingegangen bist äh ich habe gesagt du hast du das hat gesehen ich war gerade in der Tat und hat alles gesagt was ich an leichten Spinnen das das ähm ich habe momentan äh Alter mein Linkstick ich will wissen was mein Linkskrieg kann er macht doch vorwiegend raus ähm toll Bimbos 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 Hör mal auf Bimbos 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 kann wieder raus hier aus dem Scheiß dann bringt man äh bringt man äh der Bogen ja gar nichts mehr kacke weiter erkundet warte ist vielleicht zu oben was hier bei dem Bund nö ich habe das Gefühl dass sie kein Damage machen die Spinnen auch ich habe das für ein Gegner warte nach links zu zu holl was rum minderwertiger Kurzbogen warte der Bogen kann beschädigt das ja auch ja 5,1 okay ist es nix für dich auch auch wandeln die Leiche oder auch und auch schaden ja und habe ich auch gerade gesehen sogar guten Schaden ja Fässer oh ich hasse meinen Husten Gegner Gold ich bin grad mitten in einem heavy also so einem heftigen Fight und du Gold ja da oben oh Handschuhe ich habe Handschuhe ich mag das voll Alter mein zweiter Skill mein Rechtskill soll ich hier reingehen kommen warte warte mein Rechtsklick Skill ist so geil warte da oben kommt noch ein Gegner ja ich sehe es der Kotze der was der Kotze Gegner aus nicht ich bin meine lol meine Gegner sind scharren wir haben die Quest fertig das war unser Quest Ziel gut wir sollten gar nichts okay was ist das hier düsterer Keller ist ja alles zufallsgenerierte was ich gehört habe ja boah boah das hat der Hammer ist so geil der macht alles One-Hit Moment momentan noch der unten links ist der Boss ja nein das ist nur so ein Goldtal achso meine kleinen Viecher machen das richtig gut ja Alter wie viel wirklich viel blaue Dinge zwei Stück bei mir warte ich habe Schuhe habe ich jetzt naja magischer Gegenstand toll Schuhe Handschuhe warte ich nein die Gegner gewähren plus eine Erfahrung yeah neues Wissen habe ich magischer Dolch Schatz georten ich hab mich ja sagt wenn Deutsch also ich brauche Deutsche ich habe mein Deutsch kann zwei Mini plus zwei Minimalschaden zwei Maximalschaden Neugmann Dammit neun 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 der macht mehr Schaden als eine richtige Waffe also es würde sich da noch 10,5 zwei bis vier Kälte Schaden um ein Prozent brauchst du die Hose ach ne Hose mit sieben Verteidigungen Geper wie geht das achso einfach rauswerfen dann habe ich noch ach ich hab selber ne Hose mit sieben Verteidigungen egal ups wuss ich nicht ich hab meine ich hab einem sechs Verteidigungen aber ich krieg dafür ein plus eine Erfahrung ja ob um ein Deutsch gibt auch eine Erfahrung warte 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 der war noch ein Gegner nein doch nicht nein das ist auch nur meine Spinnen der habe ich dicke wow die schöne Effekte was denn wo bist du oh warte ich muss doch gleich was im Inventar schließen ähm ich bin jetzt beim Portal ok ich seh dich warte ich mich noch nicht hingehen erstmal erkunden hier kann ich mich also ich aktivieren ja aber oh grobe Stoffhose ich habe eine Stoffhose gefunden die kann drei Verteidigungen ok lass mal dort unten erkundigen erkundigen du meinst erkunden h 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 so h h h h h h h h spät hier ist ein Waffenständer Waffenständer was kann das und nichts mit Standort ich habe hier eine alte Andenkschlachtel bekommen Prozent des Spieltas Tagebuch eine Handachse auch hier ich auch zu öffnen das Tagebuch drin das habe ich das vorbeigehen okay damit wird zurückgehen hier ist nicht auch gut großes Kurzschwert hatte war auch zwei Schaden mein kleines Husten regt mich auch mit der ganzen Schleim das ist interessant ja das ist auch sehr lecker wie kann ich den Wegpunkt verwenden bei Tristan wo hoch geht mit dem Hauptmann Fluss vielleicht ein Wörtchen mag ich nicht das bloß ich werde hier aber wie viele Spinnen Christoph Lerweiter ne noch keine kommen lasst uns auf die Kommen wohl müssen wir die Stimmen sind voll oder wie vor dem Haus weggemacht auch oder eigentlich nur Sprache lautstärker genommen ich habe hier vor der Prozent benutzt aus der Seite bewegt wird den Wegpunkt die Wegpunkte ist die falsche Richtung und ich habe nur was geguckt den Wegpunkt zu den alten Ruinen wieder gehen ich habe mich aber noch zu dir teleportiert höchst okay es ist einfach hier durchrasen alles töten ja hier oben ist vielleicht was hier oben links aber hier unten ist das Ziel ja aber hier unten ist dort der Dorfbewohner nicht mehr und ich soll aufhören zu reden das regt mich auf nahm ich nicht und das könnte sie sind leichter aber die Lösung zu die Säulein ein verborgener Keller war ein verborgener Keller er ist so verborgen wird dass er übelst Leute hier sind noch gehabt du musst auf die ganzen Gegenstände in der Gegend zerstören ja und dabei geht man extra Erfahrung ein Kessel hallo Boss wo auch meine machen ganz viel Damage und war mit mit meinem Rechtsklick getötet mal ich habe alle getötet was war das ach so da oh warte ich hab ich hab wieder was neues gekriegt geile Stiefel echt geile Stiefel ich habe hier mal eine Truhe geöffnet brauchst du Stiefel mit 8 Verteidigungen ich habe keine Stiefel ja hier du brauchst du die ich habe welche mit 7 Verteidigung mal plus 3 3% bessere Chancen magischen Gegenstände zu erhalten dann ich habe ein Kohl er hat mein Radius worden dass ich Gold aufnehmen kann schärfe jetzt sind doch immer was oder hinten ist Gold Ja, da war gerade eine Truhe Ich rede mit Ollen